Grüß dich, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mal um ein, zwei Themen, die vielleicht nicht so angenehm sind, wo ich aber einfach Klarheit schaffen möchte. Und zwar, es kommen ja in letzter Zeit sehr oft Angriffe. Wir haben jetzt auch einen Artikel bekommen, also ich mit Stoppt die Rechten, also Stoppt die Rechten AT, glaube ich, war das. Und es gibt ja jetzt schon mehrere Artikel, dass wir, oder vor allem ich, so ein ganz Rechtsradikaler bin. Ich bin ein Antisemit, ich will hier ganz böse Dinge, ich bin Sektenführer. Aber, also das wäre mal, also Sektenführer wäre gar nicht so schlecht in dem Sinne. Wir sind knapp 35.000 Menschen in der Hauptgruppe drinnen. Ich weiß nicht, was man so als Sektenführer so für einen Beitrag hernimmt, aber weiß ich nicht, wenn da jetzt jeder mal 100 Euro im Jahr zahlen würde, das wäre halt echt Geld. Also vielleicht wäre Sektenführer doch eine Idee. Nee, Spaß beiseite. Also ich habe alle möglichen Begriffe schon abbekommen, mittlerweile auch Begriffe, die ich nicht einmal kenne. So lernt man auch neu dazu. Da habe ich selber dann einmal nachschlagen müssen, was heißt das dann überhaupt. Und ich weiß, was ich bin und ich weiß, was ich nicht bin. Und solange mir alle paar Tage, wenn ich für Vorträge unterwegs bin, kleine Kinder in die Arme laufen und sagen, du, wegen dir habe ich meine Angst vor den Prüfungen verloren. Ich habe gar nicht gewusst, was ich für ein Genie bin. Das hat mir einfach nur niemand gezeigt. Oder ich wieder irgendeinen handgeschriebenen Brief und mit einer Zeichnung dazu von einem zehnjährigen Mädchen bekomme. Solange das so ist, halte ich es aus, wenn man mich öffentlich als irgendeinen rechten Nazi hinstellt. Das ist okay, weil ich weiß, was ich bin und wie gesagt, was ich nicht bin. Aber ich möchte trotzdem ein paar Worte dazu verlieren. Und zwar, mir ist schon klar, warum das Ganze passiert. Mir ist auch klar, warum die im Normalfall die meisten nicht mal mit mir sprechen, sondern mich einfach so hinstellen. Es wird auch nie ein einziges gutes Wort darüber verloren. Das heißt, in keinem einzigen dieser Artikel ist erwähnt worden, dass wir die ganzen Videos kostenlos zur Verfügung stellen, dass wir da für die Kinder und für die Eltern unterwegs sind. Ich meine, das würde ja auch eigentlich bedeuten, diese zehntausenden Menschen, die mir und dem Verein da folgen und sich diese Sachen ansehen, dass die zu blöd sind, um klar zu sehen, wie schlimm ich in Wirklichkeit bin und dass ich so ein ganz rechtsradikaler, antisemitischer Typ bin. Also entweder sind die das auch alle und wie gesagt, es folgen uns hauptsächlich Mütter. Also entweder sind die das auch alle oder die sind alle zu blöd, um sich irgendwie eine eigene Meinung zu bilden. Und das glaube ich eben nicht. Mir geht es darum, dass wirklich jeder sich eine freie Meinung bilden kann. Lernt mich kennen. Ich habe das auch vielen dort vorgeschlagen. Wurde nicht gemacht. Okay, jeder darf sich seine eigene Meinung bilden, worum es mir und uns und dem Verein geht. Also nochmal klar definiert. Es geht um freie Entscheidung. Ich habe nichts gegen das derzeitige Schulsystem. Wenn das jemand so möchte und wenn das die Menschen und die Kinder glücklich macht, dann soll das genau so sein. Nur die meisten sind dort nicht glücklich. Das ist ein Fakt. So, wenn das jetzt irgendwie komisch... Ja, genau. Es krabbelt gerade eine Ameise über dem Bildschirm drüber. Also, das seht ihr jetzt gerade auf der Kamera. Ich lasse das drinnen. Ich bin draußen in der Natur. Das gehört dazu. Also, es geht mir um die freie Wahl. Es geht mir darum, dass jeder Mensch frei entscheiden kann in allen Bereichen. In dem Fall im Bereich Bildung. Gebe ich mein Kind in die staatliche Schule? Gebe ich es in eine alternative Schule? Gebe ich es gar nicht in die Schule? Mache ich Externistenprüfungen? Mache ich sie nicht? Bringe ich ihm die Vokabeln auf herkömmliche Weise bei? Bringe ich sie ihm alternativ bei? Muss er lesen lernen, wenn er acht Jahre ist? Muss er es, wenn er sieben Jahre ist? Oder muss er es vielleicht erst, wenn er 14 ist? Darf er das frei entscheiden oder nicht? Darum geht es uns. Es geht um die Freiwahl, was ich, wann, wo, mit wem und wie lerne. Und das ist bei uns alles frei. Ihr könnt euch das alles nehmen. Ihr könnt sagen, ich pfeife auf die Meinung vom Riccardo, was der sonst noch so sagt, aber ich nehme die Lerninhalte. Da gibt es keine Werbung, da ist keine Politik dabei, da ist gar nichts. Da geht es wirklich rein um die Sache. Wenn es um meine 1x1-Videos oder Vokabelvideos geht, da geht es um nichts anderes. Nimm die Inhalte, die dir weiterhelfen. Und diskutiere auch nicht mit irgendjemandem da draußen, der das dann versucht zu verteidigen oder sonst irgendwas. Oder sagt, ja, aber der ist doch so, weil das hat die Zeitung gesagt, spar dir die Mühe. Wenn jemand das so glauben möchte, dann darf er das natürlich so glauben. Ist alles in Ordnung. Dann noch, weil oft der Vorwurf kam, ja, aber der redet doch auch, er hat doch auch erwähnt Anastasia oder Schettinenschule und hat ein Interview mit jemandem von dort gemacht. Und die sind doch so schlimm. Also, nehmen wir als Beispiel Schettinenschule. Ich habe verschiedene Schultypen vorgestellt. Ich habe über verschiedene Schultypen schon gesprochen. Ich sage immer, nimm dir das, jetzt kommt die Sonne wieder raus, wunderbar. Ich hoffe, du genießt den Herbst auch noch so wie ich. Nimm dir das, was für dich gut funktioniert. Und wenn das ein paar von meinen Ideen sind, die anderen sind Montessori, die anderen sind staatliche Ideen und ein paar sind von Schettinenschule, dann ist das gut. Wenn das ganz anders ist, ist das auch gut. Nimm dir das, was gut funktioniert. Und jede Schule, die ich bisher kennengelernt habe, hat Vor- und Nachteile. Und die Schettinenschule hat, in der wie Kinder zusammenarbeiten sollen, wie sie an der Natur lernen und aus der Praxis heraus lernen, wirklich tolle Arbeit geleistet. Ich bin in vielen Punkten aber überhaupt nicht deren Meinung. Also wenn es darum geht, was die dort mit Disziplin teilweise alles aufgeführt haben mit den Kindern und sie müssen von den Eltern weg sein und was da für ein Drill auch teilweise reingekommen ist, ich kenne ja ein paar, die mittlerweile dort waren, bin ich überhaupt nicht dafür. Finde ich nicht gut, was da passiert ist. Aber das, wie die gelernt haben, wie Kinder miteinander lernen und Kinder anderen Kindern etwas beibringen können, das finde ich grandios. Ist so. Und das Gleiche, wenn es jetzt heißt, ja Anastasia, und da gibt es so sektenhafte Siedlungen und Co. Ich finde Jesus gut. Ich finde die Gebote gut. Ich finde nicht gut, was es da für Sekten daraus entstanden sind und was manche aus dem gemacht haben. Das finde ich überhaupt nicht gut. Und ja, ich finde vieles aus diesen Büchern toll. Ich finde, wie man ein Grundstück gestalten kann, daraus richtig gut. Heißt das, dass ich automatisch der Meinung bin von denjenigen, die damit etwas gründen? Heißt das, wenn ich Schätinenschule gut finde, dass ich automatisch mit allen Meinungen des Gründers, der angeblich mal etwas Antisemitisches gesagt haben soll, übereinstimmen muss? In meinen Augen nicht. Aber wer das so glauben will, ist in Ordnung. Wer nicht überprüft und einfach nur blind glaubt, ja, sorry. Allen anderen sage ich, lernt das kennen, schaut euch an, was wir wirklich machen. Wenn ihr dann immer noch der Meinung seid, ja, dann ist das doch in Ordnung, oder? Wir sind in einer sogenannten Demokratie, da sollten doch unterschiedliche Meinungen in Ordnung sein, oder? Ich habe meine, du hast deine. Ich attackiere dich auch nicht damit, und lass mir bitte auch meine Meinung, solange ich nicht aktiv jemandem wirklich damit schade. Und alles hier bei uns ist freiwillig. Das heißt, ich drücke niemandem etwas auf, was der Staat sehr oft macht. Und dagegen bin ich schon. Dagegen bin ich wirklich. Weil das ist nicht freie Entscheidung. Da geht mit Angst und Druck und Strafe wird da teilweise gearbeitet. Bei mir gibt es das alles nicht. Ich gebe die Dinge raus, ich zeige meine Informationen, ich gebe meine Erfahrungswerte weiter. Und jeder soll daraus machen, das, was er im Leben möchte. Und es steht ja auch auf der Homepage schon ganz klar groß drüber, überprüfe alles mit Herz und Verstand. Passt das in dein Leben? Möchtest du überhaupt so leben? Stimmt das für mich im Leben? Möchte ich diese Schritte so gehen? Wenn nicht, gibt es rechts oben ein X. Du kannst einfach wegklicken und die Sache ist erledigt. Du hörst von mir nichts mehr. Ja, so einfach ist es. Also, wie gesagt, es ist eine kurze Zusammenfassung. Es geht uns um die freie Entscheidung. Wenn jemand meint, dass wir so schlimm sind oder ich so schlimm bin, das ist in Ordnung. Ich sage immer, lass uns kennen. Wenn du auch wirklich etwas für die Kinder machen möchtest da draußen, etwas Positives, dann schau dir an, was wir da machen, ob das wirklich so schlimm ist, was wir hier machen. Wenn man Menschen zeigt, wie man schneller und effizienter lernt. Oder ob das nicht so ist. Wenn du meinst, es ist nicht so, dann darf ich dich bitten, baue selber etwas auf, was den Kindern und den Schulen hilft, weil da gibt es definitiv Bedarf. Ich glaube, da sind wir mit allen überein. Freie Entscheidung auf allen Bereichen. Alles Gute.